Eine Mac-Up, wir stellen eine Mac-Up vor. Reflection nennt sich dieses kleine Software-Stück, was AirPlay Mirroring macht. Vom iPhone 4S, iPad 2 könnt ihr euer Audio- und Videosignal an den Mac schicken. Kommt zu einem schönen Simulator, poppt hoch und spiegelt mehr oder weniger in Echtzeit eure Eingaben wider. Es ist natürlich ideal, um Sachen zu präsentieren, wenn man einfach mal eine Webseite zeigen will, einen Up-Layout, wie auch immer. Es läuft ziemlich flüssig. Spiele lassen sich gut darstellen. Ich habe jetzt hier mit Soulcalibur sicherlich einen Kandidaten gewählt, der ein bisschen anspruchsvoller ist. Lässt sich doch durchaus vertretbar vorzeigen. Verwendet keine wilden Hacks, zumindest iOS-seitig. Spiegelt einfach über AirPlay den Bildschirm inklusive Video und Audio. Quelle an den Mac. Besonders Up-Store-Entwickler mit kleinem Budget können hier günstig Screencast erstellen. Ich habe beispielsweise mal ScreenFlow genommen, um den Desktop abzufilmen. Das lässt sich natürlich auf das einzelne Fenster zuschneiden und dann kann man für seine Webseite die Up, seine Up zeigen, aufbereiten, ein bisschen besser präsentieren. Ich war sehr beeindruckt von der Performance insgesamt. Die Up kostet 15 Dollar, sehr, sehr vertretbar. Es gibt ein Lizenzmodell auch für fünf Plätze. Eine sehr, sehr nette kleine Erweiterung für den Mac, die heute erschien. Das ist ein Lizenzmodell.